Da-da-da, da-da-da, oh. Wir sind noch nicht so mega wach am Sonntagmorgen. Gestern sind wir bis um 12 Uhr geprobt. Und jetzt geht es gleich weiter. Das Wunder gilt es. Heute ist der Kampf. Der Kampf ist on. Ich denke ich hatte einen Plan, auf breaking out, letting go, must it got sidetracked. I hear some children playing up on the front yard, and wonder when I... Sven hat schon zum dritten Mal den Kampf der Chöre gesagt. Bist du am Einsingen? Ja, ich bin am Einsingen, genau. Triffst du ihn? Ja, ich bin fair, aber es ist noch ein bisschen früh und... Aber es wird eine geile Show. Was hast du für das Gefühl? Fund's gut? Ja voll, ich finde. Weisst du? Schlussendlich kannst du es wirklich nicht sagen. Ist ja rein zufällig. Das Publikum, das Vogue, das kannst du voll nicht steuern. Aber rein von der Performance her... Ich habe jetzt gefunden, dass es coole Energie, alles was wir gemacht haben. Und es ist ja noch unsere Schwächste von allen. Was wir haben. Wir haben noch ein bisschen Kräste zu fliegen. Quatsch, ich habe gerade nicht mehr Erfahrung. Jetzt könnt ihr ihn abhauen. Ich hätte Stream. Das war die Küche. Das war's für heute. Die nächste! Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall sind sie dabei. Und ich glaube sie feiern mit Bier! Bier on York! Die Tipps sind sehr cool. Zwei innovative, junge, freche, peppige, flippige und sehr coole Musiker. Der Steh, mega rhythmisch. Er hat ein wenig von mir. Nein, Spass bis heute. Er ist wirklich der Rhythmus-König. Ich meine, Gokka hat eine Stimme zum Schmelzen. Eine ideale Verbindung gibt es gar nicht. Ich bin froh, Sie sind in der Show. Gebt Gas! Gebt Gas! Gebt Gas! Gebt Gas! Gebt Gas! Gebt Gas! Bis zum nächsten Mal.